Ja, er hat auch Angst. Ein bisschen ängstlich hier. Aber er hat den Schwanz jetzt ja... Ja, aber nicht so wild hier, Freund. Ein bisschen Rücksicht. Aber unser ist auch. Ich glaube, die zwei, die würden gut passen zusammen, weil die beide sehr vorsichtig... Wo ist denn unser überhaupt? Der sich da gerade hingeschmissen hat. Nee, ist er ja gar nicht. Ist er gar nicht unser, oder? Wo ist er denn? Nee, ist hier. Da ist unser. Ich wollte gerade sagen, der sieht ihn ja sehr ähnlich. Der sieht ihn ja sehr ähnlich. Ich hab die jetzt echt verwechselt. Papa! Papa! Also ein bisschen taucht er jetzt auf, ne? Ja. Das ist ja richtig für sie zu arbeiten. Papa!